hallo ihr lieben willkommen nach langer zeit hier zurück auf meinem vlog kanal wer mir auf instagram folgt der weiß so was bei mir ungefähr los war in meinem leben kurz und knapp gefasst weil ich nicht so viel darauf eingehe weil ich das ja bewusst auf instagram story gemacht hatte weil ich so eine geschichte nicht viel mehr im netz haben will aber mein kleiner hatte eine zahn op leider war es so nötig das ganze war unter voll narkose und wir haben den kleinen abgeholt und nach der fallen narkose hatte man so einen ellbogenbruch weswegen ich drei wochen nicht arbeiten konnte wir uns um klein kümmern musste jetzt auch traumatherapie und alle möglichen rechtsanwälte alles eingeschaltet das ist so kurz und knapp mehr kann ich und will ich nicht dazu sagen weil es halt doch was rechtliches ist deswegen mir war es zu viel ist a little bit too much in letzter zeit einfach gewesen und auch ich habe dann mal gesagt so jetzt ist schluss mit lustig kann nicht mehr ich trete zurück war dann kurze zeit weg auf social media habe ich nur um meine kleine familie gekümmert ist mir sehr sehr gut getan und jetzt bin ich wieder da heute ist wunderschönes wetter es ist glaube ich der 2. oder 3. september ich guck mal ich habe mir auch gedacht dass ich die blogs wieder so schreibe dass ich wieder sage welches datum ist meine haare ich habe sie in letzter zeit sehr oft geglättet und gestern war bei uns nebeln deswegen sind nach oben gegangen absolut glaube ich eine schöne frisur geworden was ich heute morgen gemacht habe ich habe tatsächlich die kiste gepackt mit make up weil ich sehr viel aussortiere ich merke ich habe auch voll viel zeugs daheim und brauche ich so viel ich habe mich viel mit marikondo beschäftigt und 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 habe jetzt schon mal eine kiste vorbereitet mit adventsverlosungen die ich jetzt schon im september vorbereitet dinge die ich generell an freunde familie verschenke ich habe letztes mal hier meinen ganzen nachbarn glaube ich zwei riesen kisten an make up verschenkt und das sage ich euch mal egal wie viel ich auto sortiere seit jahren egal wie viel ich leuten verschenke egal ich meine viele sachen verschenke ich auch an weihnachten an bekannten freundinnen verschenke an die nachbarn und es ist trotzdem jedes mal denke ich habe alles weg und jedes mal ja ich persönlich benutze die auch gerade aber nicht in der farbe die ich glaube ich die hellere variante genau voll viele sachen auf jeden fall gibt es viele sachen die die adventsverlosung kommen hier noch ich habe auch festgestellt ich habe hier victor und roll flowerbomb meine güte dann ja aber egal ich pack das jetzt erstmal alles in eine kiste damit alles an einem platz ist schon mal gut mache ich zu und das dann ready seit dem letzten mal merkt man habe ich auch meine wand hier gestrichen aber ich muss jetzt gucken wie ich das hier hinten dekoriere weil ich fühle irgendwie farbe ich mag das was kann ich euch erzählen was ich in der zeit gemacht habe mich halt um meinen kleinen sohn gekümmert ich nehme an verschiedenen coachings teilen ich mache gerade momentan drei weiterbildungen weiß auch nicht was mich geritten hat das eine zur gleichen zeit zu machen aber ich denke wenn die seele ruft dann ruft die seele dann macht man das viele fragen mich auch immer warum ich nicht dazu erzähle was ich jetzt gerade mache weil ich mir denke ich möchte euch die dinge immer erst erzählen wenn ich dinge vorzuweisen haben wenn ich dinge geleistet habe weil ich bin kein großer fan von schätzen schätzen und schätzen und nothing to do genau das heißt mir verziehen wenn ich die frage einfach bis jetzt nicht beantworten wir sind im september ich habe das gefühl wir hatten keinen sommer hinzukommen haben gibt es vom kleinen ja ich hätte mir sehr sehr gewünscht dass wir in urlaub gefahren werden aber es hat aber nicht geklappt und sollte dann halt auch einfach nicht sein deswegen haben wir uns hier beschäftigt waren meine behelma wir waren mal im karlsruhe zu ja was man halt so mit einem kleinen kind macht ich war viel in der küche habe viele sachen getrocknet gebacken gemacht was man so von mir kennt und gerade eben trinke ich auch meinen tee nicht lachen schon eine weihnachtstasse beziehungsweise die weihnachtstasse habe ich eigentlich nie weggepackt haben wir so einen kräutertee gemacht ihr wisst ihr ich trinke sehr viel kräutertee ich trinke zwei kaffee am tag zwei drei kaffee am tag jeden tag so ein grünes getränk was ich seit september glaube ich 2020 durchgehend trinke seit meiner bestrahlung und chemo was es aber ist es kommt in einem meiner zukünftigen videos das hatte ich auch mal auf instagram gesagt weil vor viel mich gefragt haben ja was ist es denn weil mich auch viele fragen wie es mein wohlbefinden ist jetzt so ein jahr später wie es kommt dass meine haare so wachsen und 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 zum haarwachstum kann ich nur sagen ich denke es ist viel genetik und auch ernährung aber halt auch ja das was man zu sich nimmt aber ich werde jetzt nie sagen an diesem produkt liegt es dass meine haare so lang sind es ist eine kombination von allem und ich versuche sehr sehr viel auf mich zu achten dann genau zeige ich euch was ich in letzter zeit gemacht habe wir sind hier in meiner küche und man sieht ich habe so einiges getrocknet und zwar immer wenn ich zu viel gemüse kaufe weil grad saison ist oder ich war letztes mal beim bauern oder 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 dann und ich es nicht verarbeiten kann dann koche ich es entweder ein oder ich tue es trocknen da ich die einzige bin die pilze so liebt natürlich haben jetzt hängen auch und so aber die sind halt jetzt nicht da mache ich meistens getrocknete pissen für pilzsoße für mich oder das suppen hier habe ich ein bisschen suppengemüse aus pastinake peter silienwurzeln karotten getrocknet lauch und hier habe ich getrocknete zucchini weil ich so viel zucchini gekauft hatte ich mir dachte so viel tomatensoße und brot kann ich nicht mehr backen hier hat mir meine freundin getrocknete minze aus ihrem kleinen balkongarten gebracht genau das ist das was ich in letzter zeit gemacht habe immer merkt sich wieder bald kürbiszeit ich habe mich gewundert dass die ersten kürbische schon zu haben sind weil für mich ist kürbiszeit immer ende september bei uns in stuttgart gibt es in ludwigsburg eine coole kürbis ausstellung dieses jahr im thema unterwasserwelten da wollte ich aber mit mickey dahin gehen müssen mal gucken wann wir es machen viel hat mich auch gefragt warum der kleine gar nicht mehr so oft in vlogs auftaucht ob ich dann bewusst sage nein bei mir ist es ich habe ja immer gesagt ich blogge so mein lebhause baby war die ganze zeit weil er mir ja auch nicht gesagt hat ob er möchte oder nicht und ich habe es in meiner eigenen verantwortung gemacht und ich habe festgestellt seitdem er größer geworden ist wenn ich dann die kamera drauf gehalten hatte dann ist er manchmal gekommen hat es vor sich hin gebrabbelt oder irgendwas gesagt und jetzt ist es mittlerweile so dass er von 20 mal wenn ich die kamera hochhalte kommt er einmal weil der guckt mich dann immer an und sagt ich möchte spielen gehen raus oder raus aus dem zimmer oder ich will jetzt nicht in die kamera oder er will selber die kamera nehmen gebe ich ihm natürlich nicht deswegen habe ich mir so eine kleine jetzt gekauft so eine kinderkamera mit dem er videos machen kann und weil die so ein bisschen geld kostet und der kleine das auch manchmal sehr grobmotorisch ist und wenn er in die videos kommen möchte dann wird er auch in die videos kommen wenn wir jetzt zum beispiel wie in dubai als wir in dubai waren in dem schmetterdingshaus da hat er sich so gefreut dass mama film und dann freut er sich aber ansonsten merke ich er möchte nicht dann schaltet auch gut wir haben unsere tomaten geerntet dieses jahr war ein katastrophales tomatenjahr ich habe immer noch ein paar in meinem kühlschrank und unsere eigenen ernte so das sind ein paar tomaten von unserer eigenen ernte ich habe insgesamt glaube ich sechs mal so viel geerntet aber es gibt draußen immer noch ich habe sehr versetzt gemacht das ist eine kleine rote bete können wir darüber lachen also ich habe jetzt auch festgestellt rote bete auf dem balkonisch nix dann kann ich euch zeigen was sie in letzter zeit gekauft habe weil ich wieder vermehrt brot backe weil ich einfach so ein schlechtes erlebnis hatte wenn es bei uns zu hause schnell gehen muss dann habe ich natürlich auch immer trost also wir haben halt doch das hert was man im dm kaufen kann und wir haben hier in der nähe so ein rewe und haben toast gekauft weil ich kann er hatte zu backen beziehungsweise ich habe irgendwie keine guten erfahrungen mit glutenfreiem brot einfrieren es ist einfach staubtrocken wenn ich rausnehmen und deswegen versuch es immer frisch zu backen ich setze mich mal lieber ja manchmal schaffe ich es nicht und dann haben wir den dr schertus gekauft im rewe das wir auch jetzt angemerkt hatten wo datum 13.10 13.10.2021 war und damals toast aufmachen was komplett von innen verschimmelt und ich weiß nicht falsche lagerung kein plan auf jeden fall bei mir ist es leider so wenn ich mich einmal richtig ekle entweder fasse ich das produkt nie wieder an oder es braucht jahre und es ist leider jetzt mit dem toast weswegen es heißt für mich entweder backe ich oder ich gehe zur isabella bäckerei oder ich bestelle mir online so glutenfreies brot aber damit habe ich jetzt auch keine erfahrer guten erfahrungen nicht wegen den herstellern sondern wegen den dhl boten daher habe ich mir jetzt von amazons kann ich gerne verlinken wieder brot gewürz gekauft ich mag immer so einen halben teelöffel so in brot für mickey brot gewürz rein machen das ist mit fenchel müsste es sein koriander kümmel und anis für mein brot aber ich mache immer zwei brote ein körner brot für mich mit nüssen oder karotten alles mögliche drin ich liebe das so herzhaft kernig er halt nett bei ihm ist halt nur haferflocken buchweizen und maismehl und hörselmehl manchmal drin und dann gebe ich nur einen halben tierlöffel aber das habe ich mir online gekauft dann backe ich sehr oft gerne mit sauerteig weil ich festgestellt habe dass sauerteig dadurch wird erstens ist es gesünder besser verträglich es ist besser für den darm schmeckt es einfach saftiger und einfach länger haltbar und ich habe jetzt vier mal versucht eigenen sauerteig zu machen vier mal ist mir das verschimmelt deswegen habe ich aufgegeben habe online geguckt gibt es irgendwie getrockneten buchweizen sauerteig weil ansonsten gibt es halt immer nur mit weizen roggen und tatsächlich habe ich meinen spiegelhauer einer bio bäckerei was gefunden und da gebe ich immer so ein esslöffel ins brot manchmal zwei esslöffel mache ich einen esslöffel mit ein bisschen apfelessig mache ich dazu im brot rein öl und halt die ganzen zutaten und das brot ist so lecker ja und ich habe jetzt gleich zwei packungen gekauft das kann ich euch auch gerne verlinken ansonsten habe ich in letzter zeit sehr viel gelesen weil ja wie schon gesagt wir waren daheim das wetter war schlecht haben mich schon klein gekümmert und dann liest man halt viele bücher und ich habe zum einen ein buch gelesen das kann ich euch jetzt gar nicht habe ich das über amazon kaffee weiß nicht kann ich euch echt empfehlen das heißt rebellion im hamsterrad kann ich euch mal zeigen aber ich dachte mir in zukunft mache ich dann eher so ein buch favorites video weil ich will wieder favoriten videos machen auf meinem hauptkanal der bald wieder aktiv wird und da fangen wir mit einem favoriten video an also ich merke einfach ich liebe favoriten ich habe vorhin auch ein cozy for favorites video von 2020 habe angeguckt von so einer ganz kleinen youtuberin mit 5000 abonnenten und ich war direkt im mood und ich dachte mir nein das mache ich wieder und das ist das buch was ich meine von niklas lama rebellion hamsterrad und es hat mega viele coole ansätze wie sie ihre routine endlich gegen mehr sinn freiheit und geld tauschen und ich finde es echt gut aber zu den ganzen büchern zu allem in zukunft ich wollte einfach nur wieder hallo sagen nach der ganzen zeit und ich weiß es ist ein sehr sehr kurzes kurzer blog geworden was in dem sinne ja auch kein blog ist sondern wie nennen wir das status report nein was einfach bei mir so ein recap einfach und ich freue mich es geht wieder mit blogs los also bis zum nächsten mal